Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video spiele ich mit meiner Freundin Fortnite ranked. Ihr habt richtig gehört, ich habe für heute eine Freundin. Glaube ich zumindest. Ihr seht doch schon hier in meiner Lobby, da heißt jemand, oh mein Gott, it's Melissa, wow. Wow! Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich bei ihr in die Lobby reingehen und ich bin gespannt, wie die Runden laufen werden und wie meine Freundin so drauf ist, weil ich weiß das natürlich noch nicht, weil ich sie mir im Internet gekauft habe. Ich bin gespannt, wie es wird, ich bin gespannt, wie Melissa so drauf ist, wird auf jeden Fall lustig, glaube ich. Wir sind gerade, glaube ich, in Platin 1 in Rank, deswegen kriegen wir noch nicht so die krassen Gegner. Und Melissa ist, glaube ich, in Gold 2 oder Gold 3, aber ich werde gleich mal nachfragen, wenn ich in die Lobby reingehe. Was mich auf jeden Fall freuen würde, ist, wenn ihr den Like-Button drücken würdet, um weiterhin solche Videos zu unterstützen. Und wenn ihr den Creator-Code yo-yo-yo in den Item-Shop eintragen würdet, das ist der maximale Support. Kuss geht raus an die Leute, die das beides gemacht haben. Und auch Kuss geht raus an die Leute, die sich einfach nur das Video angucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Lobby rein, Leute. Voll aufgeregt, ich sage euch ehrlich. Let's go! Hallo? Hallo. Wie geht's? Äh, gut und dir? Ach, mir geht's auch gut. Würde ich sagen, legen wir direkt los, oder nicht? Ja, ich bin ready. Bist du ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Komm, Mann. Okay, krass. Gott. Eben, wie spielst du jetzt momentan so? Was ist so deine Strat? Willst du meine wissen? Ja, zeig mal deine Strategie. Ich gehe mal hier, dann mache ich Boss, dann hole ich mir die Goldene und dann laufe ich zu... Wo ist das? Hier. Da ist diese... Da kriegst du diesen Zone-Vorteil da, weißt du? Ja. Und dann, ab da camp ich nur noch. What? Okay, let's go. Passt, perfekt. Hast du guten Loot und so und kannst die Zone sehen und ich laufe dann mit der zweiten Zone schon mit, damit ich dann halt, keine Ahnung... Dann würde ich sagen, lass die Taktik so, wenn sie jetzt am Anfang nicht funktioniert, ist egal. Ich hab schon verkackt. Warum? Mit Drop? Mit Fliegen, ja. Oh nein. Egal, geh einfach, geh einfach. Oder sollen wir hier landen? Mir ist es egal. Nee, nee, nee. Geh da hinten hin, ich komme. Okay, okay, okay. Wenn wir Glück haben, ist da sowieso keiner. Oh, ich glaub, da gehen zwei, drei Leute mit, aber eigentlich normalerweise ein Platin. Ja, wenn so zwei Stück mich pushen müsste, ich schaffe, sag ich ehrlich. Oh, okay. Ich hab einen Lana gefunden, guck, hat sich doch gelohnt. Ah, ist bestimmt nur Müll drin, da war die ganze Zeit nur Müll drin. Oh, du hast schon jemanden zu Boden gestreckt. Oh, easy peasy. Ja, das ist, weil du noch unranked bist, deswegen sind die Lobbys, glaube ich, echt easy. Oh, zick. Ich komm auch mal dazu. Ich brauch nur mal ne Waffe. Ich hab keine. Ich hab zwei Kästen ab. Ich hab für dich hier auch noch Luft. Nee, ich will nur die goldene vom Bot. Ah, okay. Ja, ach so, du spielst die automatische, ne? Jo. Mach mal den Bot. Ja, aber Gegner hinter mir. Ich hab leider keine Minis oder so für dich. Alles gut, ich hab nen Biggie. Ach, der ist, ah, schlecht. Bist du zum Bot gestorben oder an nem Gegner? Anderer Gegner. Oder Fight, mir ist egal. Wenn wir die Runde verlieren, geh mal easy noch ne Runde rein. Spielst aber auch schon dann länger Fortnite, ne? Weil dieser, also, ich hab als Profilbild bei dir gesehen, irgendwie in Season 6 oder Season 7 Battle Pass geht. Jo, ich weiß gar nicht mehr. Entschuldigung, ja, ja. Du spielst ja auch auf Tasterton aus, ne? Hm. Oh mein Gott, was? Hä, wieso, ist das schlecht? Das ist richtig gut, man. Muss man gleich deine Edits einmal kurz zeigen. Wie mal sehen. Wenn du so baust und so, weißt du? Kann ich bauen, hab ich dir doch schon gesagt. Ach so, gar nicht? Nein, das ist voll anstrengend für mich. Okay, aber ich glaub, hier, so wie die Gegner grad drauf sind, musst du nicht unbedingt bauen. Die Rail sind schon wieder, das wäre echt easy. Oh, wilder Laser. Oh mein Gott. Das hat mich in Bronze reingestützt, war mir klar. Bronze, was? Ja, keine Ahnung, klär mich auf. Bronze 2 ist ein Trickserrang. Gut für wen, für uns alle. Ja, genau. Der Peter-Griffin-Skin ist so cool. Ist bei dir einer? Ja. Boah, hast du den Clip auf TikTok gesehen? So ein Peter-Griffin, der so einen Headshot verteilt und sich voll freut. In Real Life aber, sieht aus wie Peter-Griffin. Look at that, Headshot. Ja, ja, hab ich gesehen. So funny, ehrlich. Ja, wie kann man Level 655 sein, das ist so crazy. Ich hab die letzte Season komplett jeden Tag mal so 2-3 Games gemacht und hab's nicht mal geschafft. So hohes Level. Ja, aber ich hab mir auch am Anfang direkt 100 Level auf blöd gekauft und ich hab so einen Glitch gemacht, weißer. Viele Fortnite-Spieler werden aktuell gebannt. Oh, hell no. Oh, hoffentlich funktioniert der Anfang. Ich brauch nur ein bisschen Blue Life, eine vernünftige Kampfer. Ja, da oben ist immer Blue Life. Ja? Vielleicht da in diesem Frack. Oder genau, lass da oben mal drauf landen. Kommst du zu mir? Oh Gott, oh Gott, ja, pfff. Ich rutsche. Okay, wird's schwierig, warte. Alter, ich werde gejagt auch noch, ja, super. Oh mein Gott. Ich komm da nicht hin, aber was ist los hier? Warte. Oh mein Gott. Schaffst du? Ja, let's go. Okay, dann würd ich sagen, lass da trotzdem nochmal nach oben gehen. Ja, ja. Oder gehst du direkt pushen? Nö, ich mach die jetzt. Echt jetzt? Dauert mir zu lang. Handy-Bots sind voll schlecht. Aber hier sind Gegner. Ja, ja, deswegen so. Komm, der hat den Bot schon gemacht. Habt schon einen Down? Nein. Ja, warte, du hast aber auch ne Pump. Ich hab grad keiner. Ich suche kurz. Hab den zweiten Down? Nein. Oh mein Gott. So, die Bots hab ich auch alle gemacht. Komm, Dings. Du bist auch Bruchspielerin geworden, oder wie? Ja, Bruchspielerin. Dafür, dass du nicht baust? Hä? Nö. Ich bin cute. Ich camp einfach nur im Busch. Komm her, wo bist denn du? Bist du? Ach so, wie komm ich denn da hin? Treppe runter. Äh, welche Treppe? Hä? Oh Mann, ich land hier nie, deswegen. Ist okay, du findest das schon. Ich mach nur ein paar Kisten auf. Du siehst da, wo ich bin. Ja, ich seh, wo du willst, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Echt nicht. Warte, oder doch hier? Jo, jo, jetzt hab ich. Jo, 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 jo. Oh, sogar ne Liederne. Willst du den nicht spielen? Ne, ich hab eine. Ich hab ne goldene. Zeig mal, zeig mal. Ich mein, ja, du baust nicht, aber zeig mal trotzdem deine Edits. Ich will einmal... Ich weiß nicht, was du... Ich kann das nicht. Gar nicht. Nein. Das ist mein Kopf. Ich kann sowas nicht. Hä? Haben wir die Amo schon geholt? Oh, Gott, nicht mehr vorrätig. Ich hab alle geklaut. Willst du einen haben? Mit dem Blue Nice und den Biggies. Und jetzt wolltest du hierhin, ne? Ne, da oben auf dem Berg, ja. So, jetzt nehm ich hier nochmal. So, hat das drin. Sind schon welche. Haben sich jetzt auch die Chests, aber ich hab ein bisschen Damage gedrückt. Ich bin da jetzt aber nicht auf dem Zug drauf geblieben, weil man kann da nicht bauen und ich muss bauen, sonst verlieren wir. Ja, sagst du. Ich bin bei dir. Oh, komm mal lieber bei mir in die Box rein. Ne, ich bin schon down. Nein, nein. Ich bin ganz oben. Sind sie gut? Äh, Shotgun, Handy, halt. Autopump. Warte, warte, warte. Okay, hab, hab. Abflug mit dir da hinten hin jetzt hier. Ich hole dich hoch, Mann. Strong, brauchst du irgendwie ein Med-Kit oder sowas? Ne, ich hab alles. Ey, das ist ja mal wirklich besser wie der Tresor, oder nicht? Sei mal ehrlich. Warte. Auf Undercover. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Können wir gerne machen. Oh, was? Woher? Ich muss jetzt, glaub ich, fighten. Von hinter uns. Okay, wallah. Ich bin hinter dir. Ja, ciao. Warte mal, warte mal. Fuck. Alles easy. Und wir klären das. Wir bauen so Ads nicht. Wie auch alle nerven, ne? Wenn du ohne Bounds spielst, wirst du sehen, wie cool das ist. Alter, der hat drei Medaillen. Soll ich dir die mitnehmen? Ja, mach mal. Okay. Du bist in zwei Teams drin. Ja, die werden eh verlieren. Okay. Da oben auch. Jetzt sind ich wieder da. Oh, fuck. Wo überall? Check's nicht. Hinten vorne, links, rechts. Statement. Baut nicht ab, ihr Vögel. Ey. Nice. Oha. Prüssig. Boah. Guck voll gern zu bei sowas. Das ist voll heftig. Kann ich dich denn nur von nacht? Doch, hier vorne geht nochmal die Zone in. Easy. Jetzt werde ich aus der Luft geholt. Nein, 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 nein. Wir müssen... Ja, wo geht denn die Zone hin? Ich glaube, mein Schwein pfeift wieder hier. Der haut schon. Ich habe ihn gegeben. Stark. Ich bin hier Highground thron. Shotgun, Digga. Also, wenn er keinen Medkit mehr hat. Für 40 hat er, glaube ich, kassiert. Ja, der chillt jetzt aufhinein und komplett durch, ne? Wie machst du das? Oh, oh. Nein. Schade. Er hat ein 10 Leben überlebt. Oh, gut. Denkst du, nächste Runde machen wir epischen? Ja, ich... Easy. Safe. Okay. Ey, 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 genau. Hattest du schon mal irgendwen, der so, äh... so ganz cringe war, wenn du verstehst, was ich meine? Hast du immer. Ja, als Frau, na klar. Du musst doch nicht auf E-Poll sein. Stimmt auch, wenn du... Ja, na, das stimmt. Ja, ja, kann ich Bilder von deinen Füßen haben? Ziemlich erniedrigen. Können wir uns treffen. Ja, hier ist halt easy. Ich block halt einfach. Fertig. Oh, guck mal, wir landen sogar ganz am Ende da. Gleich drüber. Wir hatten gesagt, dass wir wieder da hingehen. Ach so, so, dann ping was. Ping was, ping was. Nein, nein, ich würde, äh... Ich sag ehrlich, ich würde hier hingehen. Vertrau mir. Das kennst du bestimmt noch nicht. Da oben drauf landen, genau. Genau, also hier. Dann gehen wir da runter in diesem Haus. Da ist nochmal 100 Blue Life für jeden. Und dann zeige ich dir ein Versteck. Aha. Da werde ich dann ermordet und geraped und kommen nie wieder raus. So nicht, nee, nee. Dann machen wir die jetzt platt. Nein. Mach doch mal was noch. Bist du denn? Äh, ich bin hier irgendwo. Ich weiß auch nicht. Ich hab den, warum bist du nicht bei mir? Weiß ich nicht, Mann. Du hast nirgends gesagt, ich soll da landen. Ja, ich weiß. Ich hatte nämlich, äh, Shotgun und die hatten gar nichts. Und ich hab den 30, nee, 60 hab ich ihn gedrückt dann. Ich, ich hol dich. Ich bin alleine. Wie viele sind da? Zwei Stück, ne? Zwei. Ja, die haben auch nix. Da oben war ja nix. Okay, okay. Wie haben die dich dann gekillt? Eine Pumpgun. Die haben beide Pumpguns. Das war der, das war der Bot, der mich dann noch attackiert hat. Guck mal, ich kann nicht direkt hier hochholen. Ja, gut. Wahlerweise da unten, wo ich hin wollte, da ist so eine Höhle und da sind insgesamt 20 Chests. Das ist kein Spaß. Echt? Ja, das ist richtig heftig. Und da will jeder hin, also kommen wir da nie rein. Ah, jetzt gerade waren da echt ein paar Stück, aber normalerweise landen da fast keine mehr. Aber irgendwie sind da jetzt ein paar Stücke landet. Frage ist halt eben, da unten sind zwei Stück. Ob wir uns die Sneaken so weiß aufs Süß, das wäre eine wilde Geschichte. Kann ich was machen. Ja, sagst du? Probieren einfach, weil die werden da gleich safe rauskommen. Ja, guck mal, hier ist, die haben alles gesneakt, die Vögel. Sind die schon weg auch? Hab einen? Ich klär das. Wow, ich hab ihm sogar noch 40 gedrückt, was ist das? Ja, ist ja nix. Ja, ja, da hinten geht's ja halt einfach nur weiter, ne? Aber egal, wie die Saison kommt. Ich bin dead. Nein! Ich hab nur noch einen Fisch jetzt. Ja, das müsste reichen. Ja, okay, deine Taktik ist bestimmt besser, ne? Nee, kommt dann drauf an, wie die Sonne fällt, glaub ich. So, Melissa, komm mal zu mir, bitte. Warte, warte, warte. Dann habt ihr die Angeln hier und jetzt wird gefischt, man. Ey, dein Ernst, brauchst du kein Leben? Ich will erst noch die Bots machen. Ah, okay. Ach, ich hab Bandages. Gönn dir mal die Bandages und dann geb ich dir noch einen Fischkopf. Warte, ich muss erst mal aus der Sonne raus. Boah, da liegt ja sogar noch ein B-Gi und sowas. Loih. Juh, zum Glück. Oh mein Gott. Oh, da vorne sind welche am fighten, ne? Minis hast du noch ein paar, sagst du? Hm, allem, ja. Ja, lass da vorne hin, da gibst du mal ein bisschen Blue Night. Hä, nimmst du die Impulses nicht mit? Nee. RIP. Okay, dann sneak ich dir. Kannst du alle haben, gehören alle dir. Start. Ich bin basic, ich brauch nur eine Waffe. Brauchst auch keine Metz, ne? Kannst mir deine geben? Nee, wüssten du nicht. Ähm, ich weiß auch nicht. Hinter mir. Gut, herausgefunden, stark. Danke, Mann. Jo. Okay, dann lass da vorne nochmal zu dem blauen Teil. Wahrscheinlich ist da nix Gutes dran. Ah, doch, für mich schon. Was hast du für Waffen? Welche Farben? Zwei goldene und eine lila. Alter, wo hast du das? Hä? Ich hab das aufgehoben. Jo, ich hab alles grau. So, die Boots, stimmt. Warte, da sind welche? Ja, hab's gesehen, aber jetzt ist mich hier eingebaut. So, oh, sorry. Oh, sorry, warte. Ja, die haben auch gar kein Leben, ne? Ey, ich geh mal rein da vorne. Jo, und er trifft sich in der Luft, alles klar. Hm. Boah, der trifft aber schon sehr, sehr strong, muss ich sagen. Wo sind die denn? Sieh die gar nicht. Digger, was trifft der? Alter. Hä? Seh mal ping, ich seh den nicht. Bei mir ist er. Habt ihr? Du hast ja eh schon goldene Waffen, ne? Ich hatte nur eine, ich hab die jetzt weggegeben, weil die hat keinen Scope. Das ist doch. Okay, okay, okay. Was lag da noch für Loot, wo wir hier die Kiste aufgemacht haben? War da noch irgendwas starkes? Ja, nix. Ja, nix. Nur blaue. Blaue, 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 brau. Ich komme die mal eben kurz. Oh, so wichtig die Minis, alter. Jetzt sagst du an. Ich laufe dir einfach hinterher. Oh Gott. Kriegst das hin. Also hier haben wir Gegner. Hast du Holz? Ja, ne? Vor den Hütten? Ja. 12. Okay. Kannst du einfach so ein paar Bäume kaputt machen. Jojo, ich baue mir hier ein bisschen was aufhändig. Hüt für 27. Ach, die haben sogar Bot die Bäume kaum. Ach, die haben Bots. Ja, das warst du meinen Schutz kaputt. Ach so, oh sorry. Ja, ich fahre immer. 27. Nochmal 30. Hüt für 27. 68 gehittet. Der muss down sein. Das, was, was, das. Soll ich die Pushen, sagst du? Ja. Der eine hat nicht mehr viel. Okay, cool. Ja. Okay, das war's. Nicht. Ey, das ist voll komisch. Du spielst halt echt komplett ohne Mensch, man. Ich will die Geschichte. Nope. Fuck. Ah. Ah, da war eher ein Hintergrund. Oh mein Gott. Ja, egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Kriegen wir, glaube ich, dann hin, man. Ach jo, jederzeit. Du bist ja auch gut im No-Build, oder? Ja, das geht. Da gewinne ich immer, aber bei Build irgendwie nie. Also No-Build kann ich echt nicht so gut, aber wenn du das kannst, dann ist ja Jackpot. Was meinst du mit, kannst du nicht so gut? Du kannst dich halt, du musst dich halt dann, du musst halt einfach drauf losgehen. Du kannst dich halt nicht saveen, oder campen, irgendwo. Ja, da gibt's ja auch so Taschenburgen, ne? Die schmeißt du, dann hast du ja eine Basis, ne? Ja, aber, ich weiß nicht, ob's die noch gibt. Ja, ja. Aber ich find das voll langweilig, so ohne Bauen, weiß ich nicht. Ich mein, muss ja immer wissen. Ja, echt? Ja, weil du... Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ist halt so wie so Valorant, ne? Mhm. Ich hab, glaub ich, drei, vier Runden mal gespielt. Das ist mit so Effekten und so, ja, ja. Danke für die Games. Hat Spaß gemacht. Ja, man hat echt Bock gemacht, Mann. Zieh durch, ne? Viel Spaß dir. Danke. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt... Wir sind in Platin 2 mit 84%. Ich hab jetzt echt nicht so gut gespielt, muss ich sagen. Wenn ich mich bewerten müsste, so ne 7-8 von 10, sag ich euch ehrlich. Wenn ihr noch eine Runde sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, haut da rein.